Und was hast du mit meinem beiden Grönling alles so gemacht? Erzähl mal. Ja, das erzähl ich dir mal mal anders. Okay, mal anders mal. Und was hast du alles so schön gemacht? Ich war Besuche Nidda. Und bin auch Besuche Nidda. Und ja, wir haben sie eingekauft. Und ja, wir gehen jetzt noch vor. Jetzt gehen wir noch. Und vielleicht noch. Darf ich jetzt was sagen eigentlich beim Video? Egal. 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 Bierchen holen. Schade nicht. Was hast du denn auf dem Handy? Samsung Galaxy J7 Serie. Und das hat jetzt in den letzten Monaten, sogar im 1. Juli, äh, im Juni Update bekommen auf Pi jetzt so. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also in manchen Ecken ist das für mich gewöhnungsbedürftig, aber geht. Schon cool. So macht es viel mehr Spaß, als wenn wir allein da rumlaufen. Richtig, das stimmt. So wird uns viel lustiger, das stimmt, als allein. Und auch unterhaltsamer. Ich rechle in die Kamera hinein. Ich auch. Ich auch. Ich lehre in die Kamera gerne hinein. So. Wo gehen wir jetzt hin? Zum Rewe, ne? Zum Rewe. So ist der Plan. Großer Plan. Boah, mh. Boah, Diesel. Wie das geht, die geht. Aber na gut, okay. Wie groß werden bei dir die Filme ungefähr? Das ist verschieden. Mal ein paar Minuten, mal eine halbe Stunde. Das ist verschieden halt eben. Ja, die Größe, ne? Also in Megabyte, ach so. Genau. Mal ein paar Megabyte, manchmal Gigabyte Bereich. Also ich kenne die Seite, da kannst du große Bilddateien verschicken und Videodateien. Cool, okay. Und dann zeig ich dir mal, wenn ich daheim bin. Schick ich dir das nochmal an den Link. Okay, gern. Und dann schickst du mir dieses Video hier. Das wirst du vergnügen. Auch mal zu mir rüber. Gerne doch. Alles klar. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Ich hab gesehen, du hast gestern Abend und gestern Nacht Ja. Hast du Videos hochgeladen. Ja, stimmt. Übernachtig. Übernachtig. Genau. Um zwei Uhr kommt eine E-Mail von dem, dass du Weil ich die Glocke aktiviert hab. Erst halt, so soll das sein. So soll das sein. Ja, weißt du. Schnell noch die Videos laden. Hochladen damit ich. Bismarckstein. Bismarckstein. Ne da. Bad Salzhausen. Ja, weißt du. Genau. Da hast du dich auch vertippt. Bad Salzhausen. Du hast, äh. Irgendwas mit Saalhausen. Ich weiß nicht. Kein Buchstaben ist, wer dreht. Kann passieren. Musst du mal gucken. Ja. Nicht so schlimm. So, jetzt sind wir ja fast da. Auf jeden Fall. Weißt du. Wir sind auch nachts hochgeladen und hab damit ich wieder das vom Handy wieder weggradieren konnte und Speicherplatz. Ganz clever von mir. Oh. Ja, genau. Weil, wenn es wie hochladen tut, wird ja vom Server von Googler gespeichert. Ja, genau. Also, passt schon. Die Leute gucken alle, die hier vorbeifahren und laufen. Auch. Ist auch schön. Schon unser, ähm, wie sagt man da, Außenpublikum. Ja. Na, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Guck, guck. Hast du aufgedrückt, ja? Ja, hab ich. Ich bin ja froh, dass auch Wetter mitspielt. Genau. Obwohl, ich hab gelesen, wir haben 0% Regenwahrscheinlichkeit. Aber wenn wir den Himmel so angucken, könnte es doch jeden Moment noch kommen. Könnte, 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 könnte. Aber wenn man guckt, verdächtig, könnte kommen. Ich hab ne Sonnenbrille auf, du nicht. Mach doch nix. Ersteh so, jedem, wie es gefällt. Leben und leben lassen. Genau. Wow. Hab von meinem Papa übernommen. Ja, schön. Wie macht der Larry immer? So. Zeig mal hoch. Stimmt. Und dann haben wir hier ein neues Geschäft namens Futterhaus. Und, jo. So, ich würd sagen, wir machen mal Stopp mit dem Video, oder? Ähm, ne, ich mach, ne, ich mach nicht. Erst, ähm, vorm Rewe. Vorm CC? Vorm, vorm Rewe ist ein Stopp. Das heißt, wenn man gleich da, wo man will, anknüpfen kann. Oder, mal gucken. Oder, mach mal sehen halt eben. Stinken. Ja, passt schon. Okay. Ach, ja. Jojo. So, jetzt sind wir auf dem Rewe-Parkplatz. Und dann gehen wir ins Rewe-Gon. Sag mal einen schönen Gruß an die Tami. An die Tami. Also, liebe Grüße an die Tami. Und liebe Grüße an alle, die mich kennen. Und die mich kennen. Und denkt dran. Und denkt dran. Kommentare. Like. Und die Glocke nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren. Das würde uns sehr freuen. Richtig. Richtig. So, ausschalten. Und ab. Und wir sind raus. Ja, wir sind raus. Hey, ho. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Der Jens und der? Der Torque. Ja. Wie man so schön sagt, Amiga-Torque. Richtig. Aber nicht verwechseln mit Torch. Mit dem Internet-Browser. Prost. Prost, liebe Gemeinde. Ja. Ja. Ja, ja. So ist das. Ja, ja. Und der Koko. Und der Koko. Das mag ich beide auch nicht gerne. Ja, ja. Manchmal ja. Klack, 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 klack. Warte mal. Warte mal. Hier gehört mein Pfeuer zurück. Okay. Und noch praktisch auch. Warten wir noch. Nach dem können wir gehen. Ja. Hm. Ich habe gehört, dass sein Pfeuer in Rente gegangen ist. Jawohl. Mein Vater ist in Rente. Und wann war das? Letzte Woche. Letzte Woche. Okay. Und hat er das auch? Hat er schon eine Woche rum. Hat er das gefeiert auch und so? Ne, ne. Ja, an der Arbeit bei ihm selbst. Ach so, na dann. Okay. Aber in der Familie halt nicht. Ach so, na dann. Okay. Ja. Ich habe ja auch mit Matten darüber gesprochen. Der hat sich auf Facebook die Posts gesehen. Ah, okay. Weil die Stadtverwaltung Nitta hat auch eine Facebookseite. Mhm, stimmt. Und da war mein Vater abgebildet. Ah, okay. Cool. Hat es sich verdient gemacht. Genau. Ja, wir haben auch in dieser X-Quadrat getrunken. Das sind auch gutes Bier. Ja. 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 Hm. Bitte hat er, bitte hat er jemand wieder Schleichwerbung gerufen. Schleichwerbung. Schleichwerbung. Jo. Jo. Und am 11.7. hat mein Papa Geburtstag. Da hat man auch wieder feiern. Aha. Jo. Geht auch. Geht auch wieder gut. Dann kommen auch wieder ein paar Gäste. Dann werden wir Kaffee trinken. Jo. Dann sehen wir, was noch so abgeht. Nach meinem Gelachen komme ich mir vor wie Sheldon Cooper. Der hat nämlich gesagt, dieses Mal bin ich ein, unter den Emojikons, bin ich ein Doppelpunkt groß D. Ja. So lustig. Und wenn ich ein Emoji wäre, wäre ich ein lachendes Smiley. Lachendes Emoji. Ja, das ist Doppelpunkt groß E. ist er auch zum Lachen. Das ist auch ein Lach-Emoji. So, haben wir es gleich geschafft, dann sind wir bei mir. Aber du hast es im Griff mit dem Video drin. Stimmt, habe ich gut im Griff. Hat auch einen guten Lehrmeister. Hat von dir gelernt. Ich finde es cool. Ich habe es nicht gemutscht. Weißt du, wo wir hier sind? Wir sind auf der Ecke Gärtnerei. Genau. Und auf deiner Ecke. Genau. Mehrfamilienhaus-Ecken. Mit ganz vielen Mehrfamilienhäusern. Genau. Genau. So, dann. Da vorne ist eine Ampel. Ja, okay. Geben wir die Ampel. So, ich würde noch sagen, wir verabschieden uns jetzt. Okay, wir verabschieden uns und so. Das ist der Jens. Und das ist der Thorak. Und ich bin der Thorak. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und viel Spaß. Der ist immer noch da. Und viel Spaß. Und viel Spaß mit den Dingen. Und viel Spaß mit den Dingen. Ohemacht.